Hallo liebe Freunde an der stabilen Kultur, in der Heimat und überall. Es ist da mir etwas zu Ohr gekommen, aber das kann alles gar nicht sein. Wir haben das Jahr nun, dass hier sehr viele Leute einwandern. Dieses Jahr haben 200.000 einen Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft gestellt. Wir haben davon gehört, dass dieses Jahr bis zu einer Million einwandern sollen, dass auch letztes Jahr etwa eine Million eingewandert sind. Ich glaube 2015 waren es 1,1 Millionen. Und das sind ja nur die offiziellen Zahlen. Wie viele sich illegal hier rumtreiben, weiß kein Mensch. Also unerkannt herumtreiben, sagen wir mal so. So, illegal sind ja auch einige offiziell illegal. Es gibt also offizielle und inoffizielle Illegale. Ja, aber in anderen Ländern sind ähnliche Probleme, nur nicht in diesem Ausmaß wie bei uns. Hier gibt es einfach am meisten. So, wer aber wirklich auch trotzdem große Probleme hat, auch wenn die natürlich da weiterziehen, aber erstmal da wirklich die Sau rauslassen, das sind Länder wie Italien und Griechenland, die wirklich große Probleme haben. Weil bevor die bei uns landen, kommen die erstmal dahin und werden da, man könnte sagen, vorsozialisiert, falls es sowas gibt. So, aber jetzt muss man einfach mal über den Teich schauen in die USA. Ja, die haben ja auch ein Einwanderungsproblem, dass die Leute da schon die Kransteine hochklappen wollen. In Städten wie New York, wo die dann schon Zelte auf Flugplätzen aufstellen, weil sie nicht mehr wissen, wohin den Leuten. Auf Flugplätzen. So voll ist das da, mit Einwanderern. Und der Fall sagt immer noch, kommt doch, kommt doch, kommt doch. Und nun gibt es was Neues. Weil da ist ja nun bald Wahl und jetzt muss man ja irgendwie mal so tun, als würde man wirklich was machen. Und bis zur Wahl wollen die da scheinbar auch wirklich was machen. Und da haben sie sich überlegt, wir müssen irgendwie die woanders hin verfrachten. Irgendwie zurückweisen kann man nicht, man kann die nicht lange aufhalten. Die gehen halt eben hinten rum, irgendwie, wie ich rein ins Land, in die USA. Und da hat man schon vorher die Absicht, schon vorher einzugreifen. Und zwar hat man in vier lateinamerikanischen Ländern, also die, die naheliegend die vier, die da vor den USA kommen, also unter anderem wahrscheinlich Mexiko. Ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, welche Länder das sind. Aber die nächsten vier werden es wohl sein, Richtung Süden. hat man jetzt so eine Art Asyl-Landenbüros oder wie auch immer man Asylmeldestellen oder Einwanderermeldestellen, was weiß ich, wie die USA das nennen, da eingerichtet. Und dort versammeln sich jetzt diese ganzen Einwanderer. Nur, die kommen nicht in die USA. Die werden jetzt alle zu uns gebracht. Und zwar wieder nach Italien und Griechenland. Naja, dass ich nicht da bleibe, ist natürlich klar. Das sind jetzt Millionen Südamerikaner, die noch zu den Asiaten und Afrikanern dazu kommen sollen. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, dass hier irgendwie wieder Ordnung einkehrt, aber ich weiß, dass wir es machen müssen. Und wir müssen uns deswegen sehr schnell überlegen, was wir wie und in welchem Umfang machen werden. Wir müssen das. Wir sind sonst nur noch ein Hauch in unserem Land, der nicht mehr zählt. Ein Furz im Wind. Wir sind jetzt nicht mehr. Wir sind noch ein Hauch. Wir sind noch ein Hauch.